Hallo und herzlich willkommen in Battlefield! Bitte! Bravo! Bravo! You've got to come back with me! Los Drago, ich wähle dich! Drago! Here we go! Los geht's! Wow, das ist geil! Wollen wir runter, das tiefe Loch der Sünde? Ich geh in das Leben! Oh nein, im anderen Video sagte ich, der gute Deutsche geht immer nach rechts, so ne Scheiße! Fack drauf, Alter! Fack mich! Ich fack dich! Oh, dann hab ich ne Idee! Nein, scheiß drauf! Hast ihn, hast ihn, hast ihn! Du bist dran! Weiii! Da ist er doch, Adi! Ah, Alter! Hab ich mich erschrocken! Oh mein Gott! Ich bin zusammengezuckt! Wie ein... Ein... Pursander! Hiiii! Ich bin ganz stark! Fack mich! Komm in mich, wenn du le... Ah, du fliegt dort... Warte! Nein! Nein! Granate zu schicken! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Holy... Look at all this damage! Oh oh! Oh oh! Lass du mich grad hochgehen. Ich dachte schon, du warst so. Es ist einfach eine Ablenkung. Warte mal, wir sind cool. Es ist ein Quartal. Es ist ein Quartal und ich bin schon längst losgerannt und verrendet. Ich komme. Ah, wir haben in den Arsch geschossen. Helikopter. Ich hab Helikopter. Wow. Jetzt sehen wir mal, was richtig geht, wenn man zeigt, was man will, kann. Okay. Was machst du da? Digger, 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 Digger. Ich lebe noch. Ja, das weiß ich, weil ich mit drin sitze. Ja, ey, ey. Voll easy. Jetzt wird erstmal aufgeräumt hier. Ich kann nicht schießen. Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich treffe aber nichts, weil ich kein Fadenkreuz habe. Warum nicht? Oh, da unten, vor unten. Wo denn? Da. Wowee. Ich sehe einfach gar nichts. Wie denn? Da, Sniper, siehst du ihn? Yes, yes, yes. Oh, da ist ja noch einer. Tschüss. Oh, oh. Where are those? Da. Da auf der Straße. Drei Stück. Vier. Drei. Anahe. 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 Ich wurde rausgeschossen. Anahe. 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 Hier will ich dich nicht sehen. Hast du dich gesehen? Nein, wenn ich dich nicht sehen... Guck jetzt! Guck jetzt! Guck jetzt! Nein, wenn ich dich sehen muss ich... Guck! Das ist cool! Leih mich an! Leih mich an! Leih mich an! Leih mich an! Ich versuche hier den Gegner zu empfinden! Boah! Das ist ein Gegner! Okay, ich hab ihn getötet, der auf der Flagge war. Irgendwer anders hat mich verloren. Jetzt hast du es gesehen, ne? Nein! Wo bist du? Ich hab ihn getebackt. Oh, komm! Human Centipede! Bleib mal stehen! Oh, du bist vor Schmerz gestorben. Man hat uns in den Arsch geschossen, du Idiot. Als ich Human Centipede machen wollte. Nein, du bist gestorben, weil ich gestunken habe. Aus dem Arsch. Wow! Ne, ich brauche Hilfe! A-B-A-B-Quadrat! Mein B-Quadrat! C-Quadrat! Ja, ich bin doch hier! Wo ist denn der Bösewicht? Weiß ich nicht. Ich hab ihn schon getötet. Aber ich dachte, hier werden noch mehr. Weit! Weit! Was? Weit! Guck mal meinen coolen Move an. Pass auf! 360 Slide! Hab ich mich geslitten? Oh, das sah voll cool aus! Oh mein Gott, das sieht echt voll cool aus! Hey, 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 bleib mal da stehen! Bleib mal da... Bleib mal hier stehen! Ja, wo denn? Ja, einfach da! Sie haben Sex bestellt! Ja! Wow! Ah, ich bin gestorben, du kleine Nutze! Warum... Warum machen wir so eine Sache? Warum nicht? Ich wollte gerade nur blöden Skit machen, will wieder zurück auf Angriff gehen, ich bin auf einmal... Jetzt hab ich Granaten vor der Fresse! Weit zurück in Angriffsposition! Hey, ich hab mindestens... Du... Kannst doch irgendwo spawnen, wo es nicht gefährlich ist? Die Berge können wir doch nicht spawnen! Ich bin im fucking Heli, wo nichts los ist! Oh, ich dachte, du bist Drago, wäre ja auch immer hier gerade am... Oh! Nein, don't touch me! Oh, ich wollte ihn doch Ray anfassen! Äh... Nicht Ray, sowas sagt man! Oh, ich weiß, was du meinst! Mit keinem Fadenkreuz! Ach, goddammit, Mann! Wie der Fisch! Oh! Äh! Ich dachte mir mal mit diesem Fisch in Ruhe! Äh! 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 Wieso ist mein Ding zugegangen? Das ist was sie gesagt! Wow! Wow! Ah! Ah! So, das war's grad so ein... So ein Leicht wird angewidert von dir... ...Geräusch! Nein, das war der Fisch, aber ich kann den Fisch sehen! Fuck! Oh, retten sie mich, Doktor, bis der... What the fuck? Ich hab nicht mehr... Ich weiß nicht mehr, von wo ich geknallt wurde! Ich flieg da ganz gemütlich, mit meinem schönen DHL-Liefer... Äh, äh, Droh... Äh, Lieferungsdrohending, Alter! Ja, ich hab's verstanden! Du hast nen Finger im Arsch! Halt doch mal die Fresse! Eine Sekunde! Kannst doch mal eine Sekunde die Fresse sein! Die ganze Zeit! Äh, äh, äh! Fuck you! Ich sparn bei dir! Ich sparn... Ich sparn bei dir! Warum bist du... Ah! Da! Da ist einer! Ich sparn bei dir! Ja, wow, danke! Ah, er hat meinen Kopf getroffen! Oh, 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 oh! Wait, wait! Hä? Wait! Was denn? Nein! Lass uns nen Jurassic Park fahren! Oh! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Wieso fährt denn der jetzt? Der weiß doch gar nicht, wo wir hinwollen! Oh mein Gott, Alter! Durchgefallen! Magda ein Chester? Hinter uns her! Waaah! Ich hab ihn! Scheiß drauf! Ah! Waaah! Du bist tot! Du bist... Du bist tot! Scheiß... Scheiß drauf! Entschuldige! Ich hab's nicht mehr geschafft abzuhauen! Obwohl ich den Auto unter Marsch hab! Du gespacken, Alter! Im echten Leben! Ich bin grad erst gespawnt! Oh! Ich hab vergessen, dass hier meine Steuerung irgendwie invertiert ist! Oh, Freak! Ja, ja, ja! Würde ich auch sagen, wenn ich nicht spielen kann! Hä? Hä? Ah! Brand is who? Dude me? Äh, who killed me? Was? Dude me? Hast du grad gesagt? Dude me? Nein, hab ich nicht! Oh mein Gott! Flieg doch! Deine verdammt... Oh nein! Wieso spielen wir 1000% Schaden? Vorhin fand ich's doch lustig! Jetzt geht's mir grad voll auf den Sack! Ich komm nicht hinter die Gegner! Nee, wir müssen bei Dickenborn! Weil da kommen die Menschen! Wow! Wo bin ich hier? Wait! Ich bin bei Dickenborn! Und auf einmal schon ein 6 Gegner hinter mir! Oh! Oh mein Gott! Ich dachte, das wäre nur unser, der sinnlos hinknallt! Achtung! Granate! Warum? Was denn? Du sagst, Achtung! Granate! Woran stirb ich an der scheiß Granate? Ja! Wait! Ist das Trumps Mauer, die er bauen wollte hier? Genau wie seine Verteidigung vor Gericht ziemlich viele Löcher dreht! Aaaaaaah! Direkt vom Secret Service aus! Was ist das für ein Timing, bitte? Was? Wow! Someone's shooting me! And I totally don't like it! Oh nein! Ist er auch gestanden? Ein bisschen? Drei? Warum kommt Musik? Oh! Weil die Runde nur noch 30 Sekunden geht! Schnell! Wir müssen noch was Gutes machen! Let's make this 30 seconds count! Eww! S distinguished dude! Ewww! 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 Baa! Baaa! Baaa! Baa! Baaa! Bist du?! Hoffentlich weit weg von dir. Ja. Ja. Okay, ich will noch bei dir sein. No, komm außen, komm mit, Butch! Jetzt ist er absichtlich in den Kampf rein. Wo bist du hier? Oh Mann! No, lebe! Oh mein Gott! Hey! Ich hasse dich. Ich hasse dich. Okay. Okay. Ich will aber dein alter Dicker freuen. Haha!